Ja, liebe Hürterfreunde, was läuft da mit dem Bauerausi? Die Kartoffeln in der Terralog. Da wird ein Muster genommen, Eingangskontrolle und festgestellt, wie viele Mängel, wie viel Prozent Mängel ich in meinen Kartoffeln habe. Und ich hoffe nicht zu viel. Wir werden sehen. So, jetzt werden meine Kartoffeln kontrolliert. Ich hoffe, die sind gut. So, Stärke und Bachtest ist gut. Neun Prozent Abzug. Für die erste Probe. Aha, Achtung an. Es gibt zwei Proben. Es gibt dann eine Mischrechnung, denke ich. Sechs. Sechs Prozent. Fünfzehn in acht. Wie? Fünfzehn in acht. Und wieder Balloxen. Leere Balloxen laden. D себя. Angebot. Du bist Vielen Dank.